Da habe ich nach Kärn gegangen. Da unten ist jetzt schwarz, schwarz und schwarz. Du musst mit den Leuten mitgehen. Ja, für das ist es ja da. So, die verfolgen, wie ein Paparazzi. Ja, genau. Ach so. Und wenn die noch laufen, musst du nachlaufen. Das geht auch. Du musst genau sehen. Das ist natürlich schon ein.